13 Förderschülerinnen und Schüler der Rudolf-Diesel-Schule in Königslutter haben sich damit auseinandergesetzt, was ein glückliches Leben ausmacht. Ich habe für euch, für jede Schülerin, jeden Schüler ein Blatt vorbereitet, wo ihr nochmal überlegt und malt, schreibt, was euch einfällt, was für euch ein gutes Leben ist. Ich habe meine Familie gemalt, mein Haustier, mein Haus, Essen und Trinken, ein Fahrrad, ein Schulbuch und einen Ball. Ich habe gemerkt, dass ich es wichtig finde, dass ich Bildung habe, dass die Umwelt größer wird und meine Familie. Die Kinder betrachteten dabei nicht nur ihren eigenen Lebensalltag, sondern auch den von Kindern in anderen Teilen der Welt. Mir ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich einmal über einen Tellerrand gucken und einmal gucken, was gibt es eigentlich noch auf der Welt. Also die 17 Ziele wie hochwertige Bildung uns anschauen, Ungleichheit von Lebenswelten und da uns mit beschäftigen. Um ihr eigenes Leben mit dem von Kindern im globalen Süden vergleichen zu können, tauchten die Schülerinnen und Schüler in die Lebenswelt Gleichaltriger auf dem afrikanischen Kontinent ein. Dabei setzten sie sich exemplarisch mit den Lebensumständen dreier Kinder aus Ruanda, Ghana und Kenia auseinander. Als wir dann das so verglichen haben, da ist relativ schnell klar geworden, es gibt sehr viele Dinge, die für beide sehr wichtig sind, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Die Schulen sehen anders aus, haben die auch Strom? Nein! Manche Kinder wünschen sich, dass sie auch in die Schule gehen können. Der Zugang zu Bildung ist ein ganz großes Problem und was es manchmal heißt, überhaupt zur Schule gehen zu dürfen und welche langen Schulwege die Kinder auf sich nehmen müssen. In Ringbüchern hielten die Schülerinnen und Schüler ihre Lernergebnisse fest. Sie gestalteten auch eine Afrika-Karte, um die ganze Schule zu informieren. Durch den Perspektivwechsel entwickelten die Kinder nicht nur ein Gespür für globale Ungerechtigkeiten, sondern auch das Bedürfnis, selbst wirksam zu werden. Dass gerade auch unsere Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sich selber in Gesellschaft einzumischen, sich selber eine Haltung zu bilden und auch eine Meinung und natürlich auch kleine Dinge lernen zu verändern und zu schauen, wo kann ich hier in meiner Welt auch was ändern. Ich hatte halt eine Idee, weil wir uns halt Filme und mit dem Thema beschäftigt haben. Habe ich gesehen, wie die Kinder arbeiten müssen und nicht zur Schule gehen können. Ich habe gefragt, was wir dagegen machen können. Als die Idee, von der wir aufkam, da hat sich für die meisten eigentlich relativ zügig die Verbindung zu unserem Schulkiosk ergeben. Und dann hat sich die Idee von diesen Armbändern entwickelt. Durch den Verkauf selbst gebastelter Armbänder und zusätzliche Unterstützung durch die Schülerfirmen sammelten die Schülerinnen und Schüler Geld für das UNICEF-Projekt Schule aus der Kiste, um so noch mehr Kindern einen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Ich war stolz, dass wir den Kindern helfen konnten und dafür haben wir einen Schulkopfer gespendet. Ich fand es sehr toll. Ich bin sehr stolz auf meine Klassenkameraden. Dass wir einen etwas anstoßen und dass sich daraus etwas entwickelt, wo sie selbst wirksam werden, das hat mich am meisten beeindruckt. Und das war auch meine Zielsetzung. Sei du selbst die Veränderung. Alles für alle und für alle!